Oh, hey Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Extinction on Point of Contact. Und das gucken wir jetzt. Ich habe mir Call of Duty Ghosts geholt und habe das ein bisschen gespielt im Multiplayer. Sind ja nur 17 Euro jetzt auf Elmogia und ja, jetzt sind wir hier. Ja, wird es lang. Ich kann ja eine Waffe aufheben. Ich denke eher, das lecken wird. Das kostet Geld. Egal, so, ich habe ein Elektrozorn, ja? Schön. Au. Uh. Hey, wow. Alter, ich spiele irgendeinen Chaos-Modus. Das habe ich eben angegeben. Kann ich das aufheben? Ja, kann ich. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Das sieht so aus wie der Chaos-Modus aus Dingens, aus Black Ops 2. Au. 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 Okay. Die Elms sehen ziemlich cool aus, finde ich. Habe es mir anders vorgestellt. Wow. Wie die rumspringen. Oh, da. Okay, was bringt es mir? Achso, das bringen mir, glaube ich, Punkte, wenn ich die Eier aufhebe. Okay, der war wieder größer als die andere. Hey, weg da. Alter. Verschwinde. Oh. Verschwinde. Also, COD-Ghosts, es hat seine Probleme, aber ich finde es jetzt wirklich nicht schlecht. Also, ehrlich. Also, es ist halt COD, ne? Da, aber manche Sachen finde ich, vielleicht viele Sachen scheiße, aber es ist halt nicht so schlimm. Ne? Man kann es spielen. Okay, die explodieren, die Roten. Und ich habe eine Shot. Hey, und die schießen auf mich. Fickt euch. Gehe ich lieber hier rein. Verschwinde. Bis jetzt sieht es irgendwie ganz leid einfach aus. Ey, was ist das? Warum sind da 60 Sekunden? Ich muss ganz schnell was machen, glaube ich. Aber was? What the fuck? Schnell, ich brauche ein Geschenk. Ich glaube, dafür ist es da, oder? Ne? Doch. Keine Ahnung. Was bringt mir das? Warum läuft denn der Zweite ab? Ah, ich werde sterben. Warum ist das vorbei? Warum ging jetzt die Zeit zu Ende? Gibt es da irgendwas, was man wissen sollte? Wieso spielt es vorbei? Ernsthaft? Was soll das denn? Jetzt mal hier Spielmodus. Extinktion. So. Spiel starten. Joa. Der Ladewitschub ist gleich. Ich denke, jetzt werde ich im richtigen Modus. Hä, warum wurde das eben einfach beendet? Nach einer Zeit. Was ergibt denn das für einen Sinn? Der Chaos-Modus aus COD-Block 2 ging auch lange. Oder länger. Glaube ich. Hoffe ich. Habe ich das DLC? Ja, habe ich. So. Extinction. Point of Contact. Kann ich das irgendwie überspringen? Ja. So, ich hoffe, das leckt nicht. Ich mag das nicht. Wie Sprengstoff. Mach du das doch. Okay. Ich habe einen Bohrer. Hey, verschwinde du. Hey. Mach mal einen Bohrer. Hat der denn jetzt kaputt gemacht? Spaß, Alter. Hä, ist das so eine Falle? Für die? Geil, da muss ich ja gar nichts machen. Ich brauche nur irgendwann Muni, ne? Ah, die greifen mich doch an. So. Okay, wo kriege ich jetzt Waffen her? Aua. Ich habe mich wirklich nicht informiert, ne? Ich spüre es zum ersten Mal. Achso, man muss die Dinger also da unten machen. Okay. Ach, die muss ich jetzt auch noch rumschleppen. Was ist das denn für eine Verarsche? Ja, egal. So, ran hier. So. Gibt es hier auch noch Waffen? Ja, da war gerade was. Okay. Was bringen wir die jetzt? Ah, okay. Also, so macht man das also. Mit den Tanks anbringen. Ja, das funktioniert ja gut. Geht das auch noch? Achso, war ein Zaun. Okay. Guts. Also, ich will jetzt aber mal eine Waffe. Hui. Hä? So, den hier nehmen. Miranda. Ja, dann töte den doch. Mäh. Habe ich das jetzt gerade damit abgeworfen? Ja, ich habe keine Muni. Wie soll ich die denn davon abhalten? Ja, schön. Ja, aber ich bemerkt, dass sie den Bohrer angreifen. Ich habe keine Muni. Da hinten ist eine Waffe. So. Geh weg. Baum, Bohrer. Weg. Weg. Oh, habe ich den jetzt abgeschossen? Oder soll das so sein? Ich glaube, das soll so sein. Lag hier nicht irgendwo noch so ein Tank rum? Nee? Nee, dann gut. Wow. Verschwinde, Alter. Ja, jetzt brich doch ab, Mann. Ö? Was ist denn mit dem? Au. Och. Okay. Lass mich in Ruhe. Wie, ich bin K.O. gegangen. Die haben mich doch kaum gekratzt hier. So, kann ich jetzt kurz... Habe ich jetzt ruhig? Ja, ne? Hoffe ich. So, kann ich mir irgendwo eine Waffe holen? Eine richtige? Kann ich auf jeden Fall schon mal hoch? Dead inside. Das erinnert mich an was. Don't open dead inside. Kennt wer's? Oh. Ja. Suchen. Oh, C.O. G. Geh weg mit dem Scheiß. Ach, die hab ich schon. Okay. Das ist doch keine AK-12. Wat? Das ist eine FP6, soweit ich's grad sehe. Die ich aber nicht so gern haben möchte. Deswegen guck ich hier gerade. Was ist das? Eine Vepre. Die Vepre hört sich doch schön an, ne? Joa. So, dann hol ich jetzt den Bohrer. Und bring den mal da hinten an. So. Verschwinde! Du hast mir nichts zu sagen. So. Hier lag noch irgendwas. Ach so, der Elektrozorn. Dass man das nicht abbrechen kann. Okay. Komm her, hier. Die Waffe sieht ganz nice aus. Die Vepre. Oh. Ja, dann töts sie doch. Jetzt lass sie doch in Ruhe, du. Lad nach. Soll ich die denn davon abhalten? Ja. Wer schreit da denn die ganze Zeit? Der Bohrer wird angegriffen. Der soll das machen. Wie soll ich die denn davon abhalten? Ich hab doch gar nicht so viel im Magazin. Kack-Modus hier. Ja, keine Muni mehr. Lass mich in... Äh, lass den Bohrer in Ruhe, bitte. Lass die Bohrer in Ruhe. Lass den Bohrer in Ruhe, bitte. Bitte geh weg. Hier war was. Was hab ich aufgenommen? So, Flam. Dein Ernst. Kann ich hier nicht irgendwas... ...aufheben? IMS? Los, IMS. Mach was. Mensch. Okay, den Modus werde ich nicht nochmal spielen. Da bin ich mir sicher. Ach komm hier. Nehmen wir den. Werfen wir den da ran. Was immer der bringt. Au. Aua, Feuer. Ja, die greift den Bohrer an. Das ist ja auch deren Ziel. Ich hab'n so Flammen. Greift mich nicht an. Ich hab'n so Flammen. Ist das ein behinderter Modus? Mach doch einfach einen Zombie-Modus. Bitte. Naja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie ich. In diesem wunderschönen Modus. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.